Wir wollen gemeinsam statt einsam füreinander da sein, uns nah sein, wie es eben geht. Neue Wege finden, uns zu verbinden und alles daran setzen, uns zu vernetzen, dass niemand untergeht. Augen auf, Herzen weit, gerade jetzt ist die Zeit, für kleine und große Hoffnungsgleich sind. Wir können gemeinsam nur erreichen, was einer alleine nicht schafft. Doch zusammen finden wir Kraft, auch diese Krise zu meistern. Komm, lach dich begeistern und sei dabei. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Wir wollen gemeinsam statt einsam füreinander da sein, uns nah sein, wie es eben geht. Neue Wege finden, uns zu verbinden und alles daran setzen, uns zu vernetzen, dass niemand untergeht. Augen auf, Herzen weit, gerade jetzt ist die Zeit, für kleine und große Hoffnungsgleich sind. Wir können gemeinsam nur erreichen, was einer alleine nicht schafft. Doch zusammen finden wir Kraft, auch diese Krise zu meistern. Komm, lass dich begeistern und sei dabei. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Alles wird gut steht unter den Regenbögen, die die Menschen in meinem Heimatdorf an ihre Fenster hängen. Alles wird gut erklären die Menschen im Fernsehen, die dazu aufrufen, Masken zu tragen und das Risiko zu erkranken nehmen. Alles wird gut sage ich zu meinem kleinen Bruder, als wir Steine bemalen, um etwas zum Pfad der Solidarität beizutragen. Alles wird gut versichern die Männer und Frauen, die sich um Schülerinnen und Schüler kümmern, damit kein Kind zurückfallen muss. Alles wird gut versprechen die Menschen, die hilfsbereit für andere Masken nähen. Alles wird gut bestätigen alle Vereine, die sich von zwei Metern Abstand nicht unterkriegen lassen. Alles wird gut erzählen die Menschen, die immer noch für andere da sind und ihnen beratend zur Seite stehen. Alles wird gut versichern die Ehrenamtlichen, die für die da sind, die das Haus nicht mehr verlassen können. Alles wird gut zeigen alle, die den religiösen und interreligiösen Dialog aufrecht erhalten. Alles wird gut schildern die, die zum gemeinsamen Musizieren auffordern, denn sie wollen ein Zeichen setzen. Sie alle wollen ein Zeichen setzen, das Zeichen, dass alles gut wird, solange wir gemeinsam solidarisch sind. Wir wollen gemeinsam stark einsam füreinander da sein und nah sein, wie es Leben geht. Neue Wege finden und so verbinden und alles daran setzen und so vernetzen, dass niemand untergeht. Augen auf, Herzen weist, gerade jetzt ist die Zeit für kleine und große Hoffnungszeichen. Wir können gemeinsam nur erreichen, was einer alleine nicht schaut. Doch zusammen finden wir Kraft, auch diese Krise zu meistern. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. uns Bye ein treffekt Lauf psychisch aus der Freude zu geben. Es ist sicher noch hier und da ein Platz frei. Es ist sicher, dass ich das Schmarrn- und gerade etwas vehementen ist. Es ist sicher, dass ich die Möche mit einem Schmarrn- und geradezuhebende Befestigung aufrecht прокurierender Befestigung durch das Schmarrn- und keine Zwern hinzukehren. Amen. Amen. Dona nobis face, Dona nobis face. Amen. 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 Amen.